Willkommen an der KIT-Fakultät für Physik, bei uns am Karlsruher Institut für Technologie. Wir beschäftigen uns zum einen mit Alltagsphänomenen, wie zum Beispiel dem Zusammenstoß von zwei Billardkugeln, aber erklären auch komplexe Zusammenhänge wie die Kollision von Elementarteilchen. Physik verschafft also ein tiefes wissenschaftliches Verständnis der Welt. Im Studium werden dabei alle Forschungsthemen sowohl von der experimentellen als auch von der theoretischen Seite beleuchtet. Sie suchen die Herausforderungen eines anspruchsvollen Studiums? Dann sind sie bei uns genau richtig. Um Lösungen für komplexe Probleme zu finden, ist Teamwork gefragt. Auch die großen Vorlesungen sind interaktiv. Physikalische Grundlagen besprechen wir mit unseren Dozierenden oder mit anderen Studis. In kleinen Übungsgruppen und in Studienprojekten lösen wir anspruchsvolle Aufgaben. Dabei stehen uns ältere Studierende und Promovierende mit Rat zur Seite. Durch die Diskussion in Teams gewinnst du bisher unbekannte Perspektiven. Physik erweitert den Horizont. Du lernst neue Dinge kennen und kannst dir Ziele setzen, bei denen du an die Grenzen des Machbaren gehst. Um Quantencomputer zu entwickeln, experimentieren wir bei Temperaturen knapp über dem absoluten Nullpunkt. Wir studieren die Dynamik von Molekülen in lebenden Zellen. Wir lassen uns von der Natur inspirieren und entwickeln Lufthüllen für Schiffe, die während der Fahrtreibung reduzieren und damit Treibstoff sparen. An solchen Herausforderungen kannst du dich in deinem ersten eigenen Wissenschaftsprojekt der Bachelorarbeit beteiligen. Das Studium macht dich fit für die Zukunft. Es ist sehr analytisch, vermittelt dir Grundlagen und gibt dir viel Handwerkszeug mit. Wir gehen täglich mit modernster Messtechnik um, analysieren riesige Datenmengen und entwickeln komplexe theoretische Modelle. Dadurch kannst du nach dem Studium in fast allen Bereichen der Wissenschaft und Wirtschaft arbeiten und hast deshalb exzellente Berufschancen. Für deine Zukunft bietet dir das Karlsruhe Institut für Technologie ein grundlegendes Physikstudium mit viel Teamwork. Du bekommst Einblicke in modernste internationale Forschungsbereiche. Dein Studium absolvierst du in einer grünen Stadt mit hohem Freizeitfaktor. Worauf warten sie noch? Wir freuen uns auf sie! Vielen Dank! Vielen Dank!